Hallo liebe Freunde von Videospielen! Ich heiße euch recht herzlich hier auf meinem Kanal, dem Kanal des Ravenite, willkommen! Wie ihr schwer erkennen könnt, denke ich, schimpfe ich mich Let's Player. Das sieht man ja durch links, rechts... Ja, da sind einige Spiele abgebildet auf dem Kanal, die ich anscheinend gerne spiele oder auch schon gespielt habe. Ja, ich hab mir jetzt gedacht, nachdem ich die letzten Feinarbeiten an dem Kanaldesign abgeschlossen habe, dass es mal an der Zeit ist, ein Video für euch mal erstmal zu machen, in dem ich euch über den Kanal erstmal informiere und euch durch den Kanal quasi durchführe. Ja? Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier drunter schaut, unter dieses Video, wenn ihr auf dem Kanal seid, findet ihr Playlists. Ja, das sind Playlists von Spielen, die ich bereits beendet habe und wo eventuell was für euch dabei ist. Das wird immer wieder zwischendurch mal ein bisschen abgeändert, je nachdem, wenn Projekte mal beendet sind oder nicht. Das kommt immer darauf an, wie ich gerade vorankomme bei meinen Videospielen. Dann gibt es noch etwas, was für mich jetzt links, aber für euch rechts links, spiegelverkehrt und so, ja, ungefähr hier so zu finden ist... Moment... Ja, genau da! Da ist der Upload-Plan auf meinem Kanal zu finden. Und über diesen Upload-Plan könnt ihr euch quasi darüber informieren, wann ich welches Projekt hochlade und wann welches Projekt für euch, das euch eventuell interessiert, auch hochgeladen wird. Ja? So, das war's eigentlich schon. Mehr müsst ihr gar nicht großartig wissen. Unten links, für mich jetzt, für euch unten rechts, findet ihr noch YouTuber, wo ich gerne mal reinschaue und auch als Zuschauer da bin. Zwischendurch gebe ich da auch mal ein paar Kommentare ab und da könnt ihr euch dann auch mal eventuell euch was anschauen. Es lohnt sich bei den meisten auf jeden Fall. Es sind unterschiedliche Geschmäcker im Halb dabei, das ist klar, das ist ja immer so. Ja, ich hoffe, dieses Video war für euch einigermaßen informativ. Wenn ihr Fragen an meine Person habt, könnt ihr die gerne unter dieses Video hier drunter setzen, direkt unter dieses Video als Videokommentar. Und ich werde mich bemühen, diese Fragen zu beantworten. Ja? Also, liebe Freunde, vielleicht heiße ich euch auch bald als Freunde der seichten Unterhaltung willkommen. Bis dahin, sprach der Raven Knight immer mehr und viel Spaß auf meinem Kanal. Alle. Alle. Alle.